Schön, dass ihr wieder reinschaut bei TrickPC. Wir schauen uns heute neue Lüfter aus dem Hause Cooler Master an. Die hören auf den Namen Mobius, gibt es heute bei unserem Test in zwei Varianten, einmal mit und einmal ohne IGB. Die haben auch unterschiedliche Maximal-Drehzahlen und auch einen unterschiedlichen Preis. Was mit den Lüftern auf sich hat, wie sie sich schlagen und was sonst aufgefallen ist, das schauen wir uns jetzt für euch genauer an. Wir haben die beiden Mobius-Lüfter in einem kleinen Review-Paket bekommen. Da war drin der Mobius 120, der ist ohne IGB und der Mobius 120 PA-RGB, der ist eben, wie der Name es schon erahnen lässt, mit Beleuchtung ausgestattet. Leider haben wir von beiden Lüftern nur ein Exemplar zum Test zur Verfügung gehabt, daher fällt der klassische IO-Radiator-Test heute vorerst zumindest mal aus. Wir haben die Lüfter dann einfach auf einen Luftkühler geschnallt, um da natürlich auch ein paar Temperaturwerte zu liefern. Ansonsten für euch vielleicht auch noch zuerst mal interessant. 24,99 Euro kostet der Mobius 120 und die ARGB-Version kostet dann 28,99 Euro. Das sind die unverfindlichen Preisempfehlungen, also ein, sage ich mal, ordentlicher Preis und wir erklären uns mal, ob die ihr Geld wert sind. Lieferumfangtechnisch, da wir diese Review-Box erhalten haben, die beiden Lüfter, nebst vier Madenschrauben und bei der ARGB-Version gab es auch noch diese kleinen Clips dazu, dass ihr die ARGB-Stecker zusammenpacken könnt. Nette Sache, im Retailmarkt kann das Zubehör natürlich dann etwas abweichen. Fangen wir einfach mal mit dem Mobius 120er Lüfter an. Es ist ein klassischer Lüfter mit schwarzem Kunststoffrahmen und dunkelblauem Rotor. Ebenso auch interessant dunkelblaue Antivibrationspads auf beiden Seiten. Es ist ein standardmäßig 120 mm Lüfter bis auf eine Kleinigkeit. Die Rahmenbreite beträgt nicht 25, sondern nachweislich 26 mm. Mag jetzt auf den ersten Blick relativ belanglos erscheinen, ist allerdings, wenn ihr sowieso jeden Millimeter im Gehäuse braucht, Stichwort Radiator im Deckel mit Lüfter zum Beispiel, da kann ein Millimeter schon viel ausmachen. Daher hier sei euch gesagt, wenn ihr euch die Lüfter zulegen möchtet und ihr wenig Platz haben solltet, behaltet das im Hinterkopf, dass sie 26 mm in der Rahmenbreite haben. Ist jetzt für die meisten Radiatorschrauben und auch Lüfterklammern kein Problem. Gehäusetechnisch sieht das ganz allerdings, wie angesprochen, schon anders aus. Eine weitere große Besonderheit bei diesen neuen Lüftern aus dem Hause coolermaßen ist jetzt. Das ist nicht einfach ein normaler Rotor, sondern ihr seht schon, wenn man den ein bisschen schräg von der Seite betrachtet, dass der Rotor in sich geschlossen ist. Das haben hier schon andere Hersteller aufgegriffen, das Konzept. Das soll dafür sorgen. Gerichteterer Luftstrom, leiser, weniger Vibrationen und so weiter. Sieht also entsprechend nicht nur schick aus, sondern soll auch technisch einige interessante Funktionen bieten. Wir schauen uns es natürlich nachher genauer an, wenn wir die Lautstärke dann bei uns hier durchgemessen haben. Ansonsten ist der Lüfter sehr hochwertig verarbeitet, sehr verwindungssteif und wird wie einem ca. 30 cm langen PWM Kabel angeschlossen. Kabel ist zudem schwarz gesleeved, also wirklich ein ganz dezenter Lüfter kann man sagen. Kein Ding und sonstiges dabei. Dafür gibt es ja die ARGB-Variante. Und zudem verfügt der normale Lüfter, der Mobius 120, über einen Umdrehungszahlbereich von so 500 bis 2020 Umdrehungen. Dann ein kurzer Blick auf den Mobius 120P ARGB. Der hat natürlich wie der Name es erahnen lässt. Eine ARGB-Beleuchtung integriert in der eigentlichen Rotornarbe innen. Da scheint das Ganze durch den milchigen Kunststoff nach außen. Ihr habt auch eben schon gesehen, der Rotor ist hier natürlich, wie ich es bereits gesagt habe, aus durchlässigem Kunststoff gefertigt, dass ihr da einige schöne ARGB-Effekte haben könnt. Machen wir jetzt heute kein extra ARGB-Video dazu. Ich zeige euch den Lüfters einfach mal hier im Laufe des Reviews dann von vorne als auch von hinten. Ihr habt von beiden Seiten schicke ARGB-Effekte. Somit sollte das dann schon mal geklärt sein. Angesteuert wird der Lüfter. ARGB-technisch mit 3.5V. Sehr schön ist, dass man beim Stecker gleich eine Weiche integriert. Ihr könnt also mehrere Lüfter so an einen ARGB-Anschluss dann anschließen. Ansonsten klassisch auch ein PWM-Stecker. Beide Kabel sind hier auch schwarz gesleeved und bieten so ein rundum gelungenes und dezentes Design. Bei dem Lüfter interessant. Anti-Vibrations-Pads auch aus schwarzem Kunststoff gehalten. Ebenfalls Rahmenbreite 26 mm, nicht 25 mm. Und ansonsten natürlich einen höheren Maximal-Drehzahlbereich. Wir messen beim ARGB-Lüfter dann einen Drehzahlbereich von ca. 660 bis 2395 in unserem Fall. Also habt ihr also ein bisschen mehr, sage ich mal, Spielraum, was die Drehzahl anbelangt. Wie sich das in der Lautstärke nachher widerspiegelt, schauen wir uns dann genauer für euch an. Beide Lüfter setzen zudem auf ein Loop-Dynamic-Bearing. Und auch noch schön, beide Lüfter kommen mit 5 Jahren Garantie daher. Ja, dann kommen wir mal kurz zur eigentlichen Kühlleistung. Wie gesagt, ich habe die Lüfter mal auf einen Luftkühler geschraubt. Das ist der Alpenfühn Dolomit Advanced. Ein standardmäßiger 120 mm Turmkühler, 6-6 mm Kupfer-Heat-Pipes und er könnt ihr alle gängigen 120 mm Lüfter mit Lüfterklammern problemlos drauf schnallen. So, temperaturtechnischen Maximalumdrehungszahlen. Ihr seht schon, die Unterschiede sind bei diesem Kühlkörper relativ marginal. Er hat ein relativ, sage ich mal, dichtes Lamellenpack-Design, somit ausgelegt auch für Lüfter mit einem etwas höheren statischen Druck. Sehr schön ersichtlich hier, dass die beiden Morbius-Lüfter sich da an der Spitz unseres Testfelds befinden. Abstand ist jetzt nicht weiter der Rede wert. Interessant wird es dann, wenn man die Lüfterdrehzahl relativ massiv absenkt. Ab so 50 Prozent seht ihr dann schon, dass die Unterschiede da ein bisschen größer werden. Auch hier zeigt sich dann der Morbius 120 gegenüber dem ARGB-Pandor deutlich in einer etwas besseren Performance. Finde ich sehr interessant. Generell hat der Lüfter ohne ARGB-Beleuchtung bei unserem Test besser abgeschnitten, auch bei der Lautstärke, wie wir nachher sehen werden. Auch interessant, dass bei gleicher Drehzahl ebenfalls die Lautstärke da besser ist, aber das schauen wir uns gleich im Detail noch an. Und wie gesagt, Radiatortemperaturen liefern wir dann natürlich noch nach. Dann kommen wir zum interessanten Part, nämlich, wenn ich mir neue Lüfter kaufe vom Preissegment her, sind die ja schon sehr hochpreisig hier angesetzt. Daher umso interessanter, wie schlagen sie sich jetzt bei der Lautstärke. Mit Maximalumdrehungszahl ist es immer natürlich ausschlaggebend, wer hat hier die höhere Maximaldrehzahl. Somit ist natürlich entsprechend auch die ARGB-Variante hier die lauteste im Testfeld. Mit 3,57 Zonen bzw. 41,7 Dezibel ist das schon aus dem System deutlich wahrnehmbar. Der normale Mobius 120 hingegen messen wir nur 2,01 Zonen bzw. 35,01 Dezibel. Das sind schon deutlich bessere Werte, was man auch nicht nur messtechnisch, sondern auch ohrentechnisch wahrnimmt. Wir haben hier im Vergleich auch nochmal einen Noise-Blocker E-Loop natürlich mit dabei. Entsprechend auch bis maximal 2.000 Umdrehungen hat sich sehr schön ins Testfeld hier angegliedert, wie ich finde. Und da sieht man auch schon sehr schön, dass der Mobius 120 hier durchaus mit dem Noise-Blocker problemlos mithalten kann. Was die Lautstärke anbelangt, auch in geringeren Drehzahlbereichen, zeigt der Mobius 120 hier wirklich eine sehr, sehr gute Figur. Interessant auch zudem, wenn ihr die Drehzahl relativ stark absenkt, kommen sich ARGB-Versionen und Versionen ohne RGB-Beleuchtung dann auch wieder etwas näher, kann man sagen. Nichtsdestotrotz hier wirklich eine sehr, sehr gute Vorstellung, vor allem von dem Modell, was über keine ARGB-Beleuchtung verfügt. Viel interessanter ist es jetzt natürlich, mal die ganzen Lüfter bei gleicher Drehzahl gegeneinander antreten zu lassen. Wir haben uns hier einfach mal für die 1.000 Umdrehungen pro Minute entschieden. Das ist meiner Meinung nach ein sehr guter Wert, vor allen Dingen, da der Cooler Master diese Lüfter ja auch grundsätzlich erstmal als Gehäuselüfter bei sich selbst im Portfolio aufgenommen hat. Das muss man an dieser Stelle auch nochmal explizit dazu sagen. Und bei 1.000 Umdrehungen zeigt der Mobius hier wirklich im 120mm-Format die Version ohne ARGB-Beleuchtung. Eine sehr, sehr gute Leistung. Wir messen hier 20,65 Dezibel bzw. 0,27 Zone. Das ist wirklich sehr, sehr leise. Da müsst ihr schon wirklich ein außergewöhnliches Fledermaus- oder Orca-Gehör haben, dass ihr sowas wahrnehmen könnt. Dicht gefolgt dann vom Neussblocker E-Loop. Die ARGB-Version ist hier auch wieder ein Ticken lauter. Woran das liegt, können wir nicht genau sagen. Allerdings interessant dessen, dass eben die Version ohne ARGB-Beleuchtung auch hier besser abschneidet. Auch die Arctic-Lüfter oder entsprechend auch die alten Cooler Master Hello liefern hier jetzt eine gute Leistung ab. Dennoch, der Mobius 120 setzt sich hier bei unserem Testfeld jetzt dabei an die Spitze bei 1.000 Umdrehungen pro Minute. Wie gesagt, sehr interessant wird auch noch sein, wenn wir das Testfeld dann um die Silent Wings 4 als auch noch um diverse Noctua-Lüfter erweitern. Das bin ich selber auch schon ganz gespannt drauf. Die neuen Mobius-Lüfter aus dem Hause Cooler Master hinterlassen bei unserem Test einen sehr gelungenen Auftritt, kann man sagen. Preislich sehr hoch angesetzt, ihr bekommt dafür allerdings auch besonders die Version ohne ARGB-Beleuchtung wirklich einen sehr leisen und auch entsprechend performanten Lüfter. Wenn ihr wisst, wofür ihr ihn einsetzen möchtet, hochwertige Verarbeitung, zudem auch ein dezentes Design. Extrem leise bis zu 1.000 Umdrehungen ab. 1.000 Umdrehungen kann man ihn dann je nachdem, wie empfindlich ihr da seid, aus dem System ganz dezent wahrnehmen. Mit maximaler Drehzahl natürlich aus dem System hörbar. Dennoch wirklich angebracht in unseren Augen das Prädikat Silent-Lüfter kann man hier in den unteren Drehzahlbereichen problemlos einsetzen. Der ARGB-Lüfter hingegen bietet natürlich eine etwas aufregendere Optik mit ARGB-Beleuchtung. Wer das zu Hause möchte, auch das ist kein schlechter Lüfter in unserem Test, allerdings hier auch bei gleicher Drehzahl ein Ticken schlechter als der Mobius ohne ARGB-Beleuchtung. Woran das liegt, wie gesagt, können wir nicht so genau sagen. Was man sagen muss, ARGB-Beleuchtung nochmal einen Aufpreis von 4 Euro. Da landet ihr bei ca. 29 Euro für einen Lüfter. Die Version ohne ARGB-Beleuchtung gibt es für 25 Euro. Müsst ihr hier in diesem Fall selber abwägen, was ihr dann da möchtet. Etwas geringere Lautstärke und keine ARGB-Beleuchtung zu einem günstigeren Preis. Was ich persönlich empfehlen würde, wenn ihr nicht unbedingt ARGB möchtet. Aber auch ansonsten, ihr könnt auch mit dem ARGB-Lüfter hier euch ein leises System zusammenzimmern. In unseren Augen auch interessante Lüfter für zum Beispiel einen CPU-Luftkühler, was wir heute uns im Test angesehen haben. Wie gesagt, Radiator-Test reichen wir entsprechend natürlich sehr gerne noch nach. Und dann auch entsprechend mit Silent Wings 4 oder auch weiteren Noctua-Lüftern. Ab diesen kann man sagen, preislich eine ordentliche Hausnummer. Allerdings in unseren Augen, wenn ihr was Hochwertiges und besonders Leises sucht und euch jetzt vielleicht ARGB nicht ganz so interessiert, die Mobius 120 durchaus einen sehr, sehr großen Blick wert. Schaut da mal rein. Würde uns auch interessieren, was ihr von den neuen Lüftern haltet. Oder wo ist eure Schmerzgrenze, wo ihr sagt, für diesen Preis kaufe ich mir noch Lüfter. Oder ihr gehört zu der Fraktion, die sich eben einmal hochwertige Lüfter kauft und die dann von mir aus 10 Jahre benutzt. Schreibt uns das gerne unten in die Kommentare. Da sind wir natürlich wie immer sehr neugierig, wie ihr das findet. Oder auch, wenn ihr Fragen, Anregungen oder auch Kritik zum Test oder auch zu dem Produkt hier habt. In diesem Sinne bedanke ich mich wieder ganz recht herzlich, dass ihr heute bei uns reingeschaut habt. Und ihr wisst, wenn euch unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns ja über euren Support. Abo oder lasst einen Daumen nach oben und auch die Glocke aktivieren. Denn dann verpasst ihr keines mehr unserer Testvideos. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal hier bei TrickPC einfach wieder.